also der anfang der beziehung war es so dass das wenn ich lust hatte auf sex dass ich es bekommen habe oder dass wir sex hatten und sie wollte es auch wenn sie lust hatte was häufiger vorkam an der in der anfang der beziehung also das heißt sie wollte öfters du sie wollte öfters sex ich wollte öfters sex ich habe sex bekommen wenn ich es wollte und ja klar wenn sie sex will dann ist nur im laufe der beziehung oder laufe der zeit war das eher so dass ich sex wollte sie aber immer weniger bis gar nicht und wenn dann nur wenn sie mal wollte eventuell schauen wir mal okay und da gehen da können auch einige wochen und monate vorbeigehen ja da können jahre vorbeigehen und wenn es dann keinen sex mehr hast ein paar jahre lang oder ein paar monate lang dann verlernt man das auch und kriegt irgendwann mal ein schiss davor so ich weiß gar nicht mehr wie das geht man kommt sogar auf die idee könnte ich mir vielleicht woanders das wollen weil das dann doch schon bedürfnis ist klar aber warum warum ist der andere so so attraktiv weil du keine vergangenheit mit dem hast du triffst jetzt jemand frisch nicht die figur da 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 und 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 dockst jetzt hand dort und drüben und der andere erwidert das aber du willst jetzt andocken und der andere sagt warum 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 sagt er das weil er verletzt ist nur deshalb weil sexualität funktioniert ja immer am anfang gut warum da da hast du noch nicht verletzt da bist du offen da haben am absten anderen sagst du bist das auf was ich schon ewig wart habe und dann ist pimpel das ist ja das ist ja kontakt der da jetzt stattfindet und der schön ist ja weil du verbindest mit dem anderen den du liebst aber wenn da verletzungen sind dann besonders bei frauen ist das ja auch bei männern aber bei frauen sehr sehr wesentlich weil männer sind oft mehr auf der libido und sex und ding und und die schauen halt und wenn sie was schönes sehen fahren sie drauf ab frauen sind nicht so sehr auf der äußerlichen ecke daheim ja die schauen und manche männer bilden sich ein muss jetzt auch richtige muskel und brust haben wird dann wird sie begeistert sein die schaut auf ganz was anderes das ist total idiotisch was wir da machen die schaut wie du reagierst wie du auf sie eingehst wie der herz offen ist wie du sie anschaust auf das schaut sie und wenn du jetzt das machst ja und noch einmal noch einmal noch einmal dann macht die langsam zu und dann spürt sich wenn du was willst habe keine lust keine lust mich da einzulassen und dir zu begegnen der du mich verletzt ja das macht für mich keinen sinn und ich mache zu und dann wenn jetzt der der partner natürlich dann sagt so und jetzt will ich einmal mit dir Kontakt haben und du machst zu ja sie weiß dann ganz genau dass du auf ihren hintern stehst aber nicht auf sie und sie ist die frau und sie ist der mensch da drüben der der sich wünscht dass er begegnung stattfindet ja wie gesagt ich hoffe ich habe für das also nicht ja einige einige wo sie sie beschwert und zu einem sagt eines tages ich verhunger neben dir und er sagt was du verhungerst neben mir da unten steht der borsche den ich dir geschenkt habe du hast der bankkonto du hast einen swimmingpool du bist du kannst machen was du willst hier ich bin der der arbeiten geht und das geld heimbringt was du hast ein leben wie im luxus und dann gibt es den brillanten oben legt er mir hin und sagt ich will aber das nicht ich verhunger neben dir ich brauche hat die liebe der achtung aber du bist nur im geschäft du bist nur du gibst mir sachen die ich nicht brauchen kann und er versteht echt bahnhof der versteht bahnhof der ist total enttäuscht das gibt alles gegeben ja was an borsche aber netzer herz netzer offenheit und da ist irgendwann zu geworden ja um das zu kompensieren dass er jetzt zu ist dass eigentlich beleidigt dass er nicht mehr so kann mit ihr schenkt er was tolles was teures was immer was immer oder im urlaub aber in dem urlaub sind beide so das funktioniert weiter und sechs ist der ausdruck besonders bei der frau von nähe vom mann eher als schnackseln und sein orgasmus kommen endlich einmal wieder ja und 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 das ist er und sie ist total frustriert wenn der zum orgasmus kommt sie umdreht und einschlaft dann denkst du sie ich bin der benützt mich ich bin für gar nichts ja und so leben unser leben aber schläft im anderen zimmer ist mir eigentlich lieber ja und so geht es langsam auseinander und dann sagt man naja das ist normal dass es nachlässt das stimmt überhaupt nicht ja ich bin jetzt 30 jahren mit mit jemand zusammen und es losst nicht noch und zwar deshalb weil da bewusstsein ist weil die was was die frau braucht weil ich fühlen kann was sie braucht weil es wichtig ist was sie braucht und es nicht nur die männliche befriedigung ist und es nur die männliche befriedigung ist dann versteht man sie nicht und dann geht es auseinander muss sie versteht komplett was anders und wo es dann irgendwann hingeht ist natürlich dass jeder mann diesen weiblichen teil in sich findet wurde die genau was auf was ankommt und sie ihren männlichen teil in sich findet dann kennt sie den mann sie könnten da drinnen und wenn die zwei zusammen kommen wenn jetzt der mann zur frau kommt und er er weiß wie er frau tickt er gespürt es da drin wie wie funktioniert eine frau was würde ich haben was was ist ihr sehnsucht und ich werde das fühlen und ich werde sofort die sehnsucht darin verstehen und dann wird er nicht so doof sein und nur auf sex gehen das wird er nicht verstehen er wird enttäuscht werden und die zwei die zwei kommen immer weiter auseinander und finden irgendwann mal eines tag ist überhaupt nicht mehr zusammen weil das sind schon so viele verletzungen gelaufen dass man keine chance mehr hat ja und wenn dann du sagst komm probieren wir es wieder einmal näher komm her dann ist das wie ein waschlobben die hand aber nicht wie eine hand die jemanden berührt da ist ja so viel vorsicht drinnen in der hand ja was vielleicht tut mir wieder weh leg ich halt meine hand hin aber es ist nichts passiert nichts passiert gar nichts und das ist wieder frustrierend für den anderen und es dauert keine fünf minuten ist der streit doch geht nicht wir müssen wir müssen in der beziehung ist viel viel mehr notwendig ja als wie ja dass mein partner und jetzt habe ich verheiratet und wir haben jetzt ein kind und ja und ich schweiß zusammen und der haus haben auch der hypothek haben auch und wir haben ein schönes leben haben ja wart ein bisschen es wird eine katastrophe werden du wirst vielleicht mit nebeneinander leben und miteinander vielleicht eine familie sein und was weiß ich aber es wird der frust sein es wird der frust sein weil du den anderen nicht verstehen kannst und der andere dich nicht versteht und dann lebt man sich auseinander sozusagen und dann eines tages kommt man zum therapeuten und sagt du wir haben ich habe eine frau ich verstehe für sie versteht mich überhaupt nicht wir sind so verschieden ich sage wie sagt sie eigentlich zusammenkommen es hat so verschiedene klar sind sie verschieden aber ich verstehe nicht den anderen ich verstehe ihn da drinnen nicht du musst die frau wenn du ein mann bist da drinnen kapieren denn du bist halb frau und er muss sie muss ihren mann da drinnen verstehen und nur wenn dieses verständnis hier ist kann das verständnis eines tages passieren und dann wird's schön und dann wird's von mal zu mal schöner und das ist das gezeichen für seinsbeziehung das wo wir alle hinwollen ist eine seinsbeziehung das andere ist eine erfahrungsbeziehung erfahrungsbeziehung ist nur schmerz immer 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 macht keinen sinn es gibt keine beziehung in der erfahrung die glücklich sein kann geht nicht aber eine seinsbeziehung schon gut das ist jetzt wäre jetzt noch eine riesen erklärung bin ich euch da schuldig aber lassen wir es mal so stehen das ist noch ein bisschen anders kaliber dann eine seinsbeziehung ah 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 Untertitelung des ZDF, 2020